Hi, hi, hier ist wieder eure Lidlidi und ich habe für euch heute ein kleines winziges Infocommentary mitgebracht. Ich habe dazu ein Gameplay auf der Karte Grind, ein Hardcore-Monster-Stirn gespielt, habe ich mit der MSMC ohne Aufsätze. Die EFSAs wüsste ich jetzt nicht, aber ich glaube, das war sowas für Leichtgewicht, Geist, Extrembedingungen, Techniker oder sowas, Standardart. Mein Anliegen heute ist einfach, euch zu informieren, warum, wieso, weshalb gerade so ein bisschen Videostoppeln. Das hat zum einen den Grund, ich bin ja in einem Clan und momentan hatten wir wirklich Clan Wars und hatten auch die Trainings dafür. Da hat man sich dann halt schon auf seine Waffenklassen so ein bisschen eingespielt und so. Da konnte ich zum Beispiel keine Road-to-Nuklear-Videos machen oder so. Zum anderen stoppt es gerade bei Serious Sam, weil ich kein Material mehr habe zum Aufnehmen bzw. zum Schneiden und Hochladen. Das liegt daran, dass eine Person privat gerade nicht kann und da das Aufnehmen dann so ein bisschen in Stocken geraten ist. Dann wäre noch bei Minecraft einfach die Lust. Bei Minecraft ist es, Minecraft ist einfach sowas, du musst wirklich Lust drauf haben. Ansonsten ist es halt wirklich, dass es dann so schnell in die Langeweile reingeht. Deswegen zeigt mir, dass es da so jetzt ein bisschen Stocken ist und sowas. Einfach momentan ist es halt so, die Sonne kommt raus. Man geht lieber raus, sie aufnehmen und ja, es hapert halt so ein bisschen. Dann wirklich der Clan, also man will ja gucken, dass der Clan dann auch so funktioniert, dass das alles noch immer schön am Laufen bleibt, dass die Leuten auch nicht langweilig wird und sowas. Natürlich dann die Clan Wars, man möchte da ja auch, sag ich jetzt mal, einen guten Eindruck machen und gewinnen. Deswegen lieber Training und alles sowas. Ich würde natürlich versuchen, so schnell wie möglich wieder neue Videos zu machen. Also wirklich den Serious Sam wieder in Gang zu kriegen, Minecraft in Gang zu kriegen und mal gucken, ob ich auch noch ein gutes Road to Nuclear Video bekomme. Weil momentan die Waffenklasse ist halt ein bisschen extravagant, weil es eine Pistolenklasse ist und ja, es ist doch relativ schwer damit so mindestens 1,15 zu reißen. Also da ist dann doch schon so, es dauert. Es dauert einfach ein gutes Gameplay mit einer Pistolenklasse hinzubekommen. Ja, da hoffe ich, dass ihr ein bisschen Nachsicht habt und ja, jetzt nicht direkt deabonnieren und oh Gott, nee, ihr macht keine Videos mehr. Also es ist halt einfach, ich denke halt der Hauptteil von meinen Abonnenten hat mich abonniert, einfach weil ich so ein bisschen chillig bin, ein bisschen ruhiger bin und nicht, weil ich da jeden Tag mindestens ein Video hochladen tue. Weil, Gott, dafür habe ich ein bisschen zu viel Reale. Ja, das war es eigentlich so jetzt so von den Infos her. Also ich hoffe, man kann es mir wirklich verzeihen, dass es so ein bisschen gerade Flaute ist. Ich werde natürlich gucken und pushen, 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 dass es jetzt in Gang kommt, dass ich wieder ein paar Videos machen kann. Und ja, ich hoffe natürlich, euch hat das Gameplay gefallen, was im Hintergrund immer noch fleißig am Laufen ist. Ja, das war es eigentlich von mir. Liked es, schreibt in die Kommentare. Ach, seht ihr, jetzt habe ich es fast vergessen. Ist mir gerade eingefallen bei dem, schreibt in die Kommentare, was euch gefällt und was nicht. Und zwar, ich habe Dead Island bekommen, also das neue Dead Island Riptide. Und ja, Frage an euch, soll ich es let's playen oder soll ich es nicht let's playen? Und wenn ich es let's playen soll, soll ich es alleine let's playen? Oder im Coop-Modus let's playen? Oder ja, einfach mal so ein paar Ideen. Oder soll ich es komplett ohne Sprache aufnehmen? Weil es gibt auch viele Videos, wo einfach wirklich nicht geredet wird, nur gespielt wird. Also da, Frage an euch, wollt ihr Dead Island sehen? Wenn ja, wie wollt ihr es sehen? Schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich echt wirklich auf eure Kommentare, was ihr reinschreibt. Ja, nein, vielleicht. Macht es einfach. Schreibt auch unnötige Kommentare rein, das ist mir vollkommen egal. Viel Spaß. Ja, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.